Mann, da gibt es gar nichts zu fressen. Ich hab dir gesagt, wir sollen zuhause bleiben. Mann, jetzt mach da nicht so blöd rum. Mach da nicht so blöd rum. Jetzt guck. Jetzt gar gar nicht. Jetzt guck. Ich war gerade frisch beim Friseur gewesen. Der Gianni hat gesagt, ich soll erst nach Hause gehen, wenn mein Haar wieder drücken sind. Oh Mann, die Alte. Jetzt guck mal. Jetzt guck mal, wie ich schon wieder aussehe. Mann, jetzt mach ich so blöd rum. Du siehst immer so verrupft aus. Was hast du gesagt? Na danke. Das ist ja super lieb von dir. Ich hab beim Gianni 60 Euro ausgegeben. Und jetzt das von dir war super. Mann, Aldi. Jetzt mach nicht so rum her. Jetzt guck mal, jetzt guck mal nicht. Jetzt guck mal nicht. Jetzt guck mal nicht. Jetzt guck mal was. Pick was, das was aus der Wert. Ist ja schon gut. Ist ja gut. Sechze Euro beim Gianni her. Ich glaub's nicht. Sechze Euro beim Gianni her. Ich glaub's nicht. wenn wir dann hier wieder linked. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. TschЙ.